Wir nehmen das Multiband doppelt, stellen uns ungefähr hüftbreit auf das Band, nehmen die jeweiligen Enden in der Hand, gehen in der Kniebeugehaltung, Blick aufrecht, Hohlkreuz nach unten, jetzt eine Körperstreckung hoch und aufrechte Position, Bauchspannung halten, darauf achten, dass die Schultern nicht hinter der Hüfte sind und wieder runter gehen.